Michaela Schafrath ist eine deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Moderatorin. Von 1997 bis 2000 war sie unter dem Pseudonym Gina Wild als Pornodarstellerin tätig. Leben und Karriere Michaela Jenke wuchs im Eschweiler Stadtteil Pumpe stich auf. Nach dem Realschulabschluss an der Waldschule Eschweiler absolvierte sie von 1988 bis 1991 eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester am Bethlehem Gesundheitszentrum im benachbarten Stolberg. In diesem Beruf arbeitete sie dort die anschließenden vier Jahre und nach ihrem Umzug nach Frankfurt am Main weitere drei Jahre an der neuropädiatrischen Station im dortigen Clementine Kinderhospital. Mit ihrem ersten Ehemann besuchte Michaela Schafrath Swinger Clubs. Nebenbei begann sie als Hostess auf Erotikmessen zu arbeiten. Ihr Einstieg in die Pornobranche erfolgte 1997 auf der Erotikmesse Venus, wo sie der Pornodarsteller Rocco Sifredi bekannt machte. Ein erster Vertrag mit dem Produzenten Hans Moser führte sie und ihren Ehemann nach Mallorca. Aufgrund persönlicher Konflikte und vertraglicher Diskrepanzen endete die Zusammenarbeit jedoch nach wenigen Wochen mit einem finanziellen Fiasko für Schafrath. Nach der Rückkehr nach Deutschland hatte sie mit der Produktionsfirma Videorama mehr Erfolg. Im Rahmen einer Kampagne der Pornozeitschrift Happy Weekend und ersten Produktionen mit Harry S. Morgen wurde sie ab Januar 1999 unter dem Pseudonym Gina Wild schnell zu einem Pornostar. 1999 erhielt sie als beste Newcomerin und 2000 als beste Darstellerin den Venus Award. Bereits im Dezember 2000 zog sie sich komplett aus der Pornobranche zurück. Von den Pornofilmen, in denen sie mitwirkte, gab es in den nächsten Jahren allerdings zahlreiche Neuauflagen und Neuzusammenschnitte. Bis 2017 wurden geschätzt 800.000 Bildträger von Pornofilmen mit Gina Wild verkauft. Dieser Verkaufserfolg ist für Deutschland einzigartig. Seit dem Ausstieg aus der Pornobranche arbeitet Schafrath als Schauspielerin, Synchronsprecherin und Moderatorin. Bereits 2000 spielte sie als Nebendarstellerin an der Seite von Dieter Pfaff, Uwe Ochsenknecht und Ingo Naujox in der Krimikomödie Der tote Taucher im Wald mit. Außerdem hatte sie Kurzauftritte in dem Kinokurzfilm Déjà-vu und der Comicverfilmung Nick Knatterton der Film sowie Fernsehrollen in Edel und Stark, Im Namen des Gesetzes, Alles Atze, Die Wache, SK Kölsch, Wolfs Revier, Berns Hexe und in dem Fernsehfilm Geliebte Diebin. In dem von Wim Wenders realisierten Musikvideo der Single Warum werde ich nicht satt? Der Toten Hosen spielte sie neben deren Frontmann Campino die Hauptrolle. Im Oktober 2002 trat Schafrath beim RTL Promiboxen gegen Doropesch an und gewann. 2001 erschien ihre Autobiografie Ich, Gina Wild. Anfang Oktober 2003 folgte ein gleichnamiges Hörbuch. Im Dezember 2005 wurde sie nach 15 Jahren von ihrem Ehemann Axel Schafrath geschieden. Im Frühjahr 2008 wirkte sie bei der dritten Staffel von Ich bin ein Starr, holt mich hier raus. Mit und wurde Zweite. Im Programm von Comedy Central moderierte sie die Sendung der Comedy-Sketchmix. In der prominenten Spezialausgabe von Wer wird Millionär? Am 30. Mai 2008 gewann sie 125.000 Euro, die sie je zur Hälfte für ein Kinderkrankenhaus und zugunsten eines Fördervereins krebskranker Kinder in Köln spendete. Sie war bei Hitradio RTL auch als Promi-Reporterin tätig. 2011 sagte sie in der Talkshow von Markus Lanz, ich wäre mit meinem heutigen Wissen damals nicht in die Pornobranche gegangen. Sie zählt zu den bekanntesten deutschen Pornodarstellerinnen. Allerdings habe sie keinerlei Vermarktungsrechte an ihren Aufnahmen und verdiene deshalb heute auch kein Geld mehr mit ihren Pornofilmen. Schafrath arbeitet seit 2010 vorwiegend als Schauspielerin an Theatern. Bereits 2002 nahm sie hierzu bei Elmar Bartel Stimmtraining und 2012 bei Sibylle Brunner Schauspielunterricht. Im Sommer 2010 absolvierte sie zudem ein Schauspielseminar an der Kölner Internationalen Filmschule. Im Jahr 2012 wurde Schafrath Schirmherrin der Deutschen Selbsthilfe angeborener Immundefekte. Zudem ist sie Botschafterin der Deutschen Knochenmarkspenderdatei und engagiert sich seit vielen Jahren aktiv im Kampf gegen den Blutkrebs. 2009 heiratete Schafrath in zweiter Ehe den PR-Berater Michael Warnhoff, im Juni 2013 gab ihr Management die Trennung bekannt. Seit 2019 lebt die Schauspielerin in Bremen. Auszeichnungen 1999 Venus Award als beste Porno-Newcomerin 2000 Venus Award als beste Darstellerin Venus Award als beste D-Berater Michael Warnhoff, im Juni 2012 Gus Garden Mäu